Fitnessstudios gibt es in Berlin wie Sand am Strand. Was das deutschlandweit erste MyShape-Studio von der Konkurrenz abhebt, ist die Familienfreundlichkeit. Von nun an können sich Mütter mit ihren bis zu 12 Jahre alten Kindern direkt am S-Bahnhof Neukölln fit halten. Auf 1700 Quadratmetern stehen moderne Cardio- und Zirkelgeräte zur Verfügung. Dazu kommen drei top ausgestattete Kursräume, ein separater Kinder-Fitnessbereich und eine großzügige Sauna. Der Born-to-Move-Kinderkurs wird dabei unter anderem von Franzi geleitet, die wir vom letztjährigen Fitmacher-Casting des TSV Berlin-Wittenau noch gut kennen. Ich liebe es einfach mit Kindern zusammenzuarbeiten und vor allem noch Sport zu machen. Besser geht es eigentlich nicht. Ich habe früher selber gerne Sport gemacht und verstehe das einfach, dass Kinder so einen Spaß haben daran und möchte auch, dass viele Kinder daran Spaß haben. Die 6- bis 7-Jährigen erleben in ihrem Kurs eine aktionsgeladene Welt aus Bewegungen, die sie wollen, Musik, die sie lieben und Spiele, die sie herausfordern. Der Schwerpunkt liegt dabei ganz klar auf dem Spaß, nicht auf formaler Übungsroutine. Eine Born-to-Move-Kurse gibt es auch für andere Altersklassen. Es können ja Kinder von 2 bis insgesamt 16 Jahren, bei MyShap bei uns bis 12 Jahren, hier teilnehmen. Und die 4- bis 5-Jährigen sind so die süßesten, finde ich. Aber auch mit den 6- bis 7-Jährigen hat man Spaß und mit den 12-Jährigen wird es dann so ein bisschen cooler schon. Und Spaß haben sie alle dabei. Aber was genau haben die Kids denn am Eröffnungstag nun gemacht? Im Jahr, wir hatten so eine Olympiade und da haben wir ganz verschiedene und tolle Spiele gespielt. Und am Ende gab es auch so eine Urkunde. Das war dann auch richtig toll. MyShap verbindet Freude mit Fitness und das für die ganze Familie. Na jedenfalls fast, denn die Männer müssen hier draußen bleiben. Freude mit Fitness und das für die ganze Familie. Freude mit Fitness und das für die ganze Familie.